Heute haben wir in den Vorläufen schon wieder sensationell gute Leistungen gesehen. Und eine, die dafür verantwortlich war, die steht hier auf der Bahn 6. Sie ist die Titelverteidigerin und ihr fehlen noch Vierhundertstel, um in die ewige deutsche Top-10-Hallenbestenliste zu kommen über 200 Meter. Wir freuen uns auf ein super Finale mit Rebecca Hase vom LV90 Erzgebirge. Und mit dabei auf der Bahn 5, 6. der deutschen Hallenmeisterschaften des vergangenen Jahres von der TSG Gießen-Wisek, Lara Mattheis. Wir haben auf der Bahn 4 die Olympiateilnehmerin, deutsche Vizemeisterin von 2014 von der MTG Mannheim, Nadine Gonska. Wir haben die Bronze-Medaillengewinnerin der U20-Weltmeisterschaften von 2014 mit der Staffel Deutsche Jugendhallen-Vizemeisterin von 2015 vom Neuköllner SF, Lisa Marie Quayy. Und auf der Bahn 2, sie war Vierte bei deutschen Meisterschaften über 100 und 200 Meter. 2014 war das vom LC Paderborn, Josefina Elsler. Das ist das Finale 200 Meter der Frauen. Ganz außen, Rebecca Hase. Sie hat in dieser Halle zwei ihrer drei 200 Meter Hallentitel gewonnen. Sie liebt diese Bahn. Und jetzt kommt sie aus der langen Kurve auf die Zielgerade und sie ist vorne. Rebecca Hase ist vorne und sie macht es hier in 22,77. Was für eine Zeit. Platz 6 in der ewigen deutschen Hallenbestenliste für Rebecca Hase. Und ich habe es doch nach dem Vorlauf gesagt, vielleicht schaffen wir es hier wieder ein paar Freudentränchen rauszupressen. Und ich glaube, das hat funktioniert. Rebecca Hase, deutsche Meisterin über 200 Meter mit einer Wahnsinnszeit. Ich glaube, wir waren jetzt nicht so gut. Vielen Dank.